In 200 Metern nach links abbiegen. Jetzt nach links abbiegen. Ja, so in der Schiene gehe ich hier lang. Am Ende der Straße nach links abbiegen. Jetzt nach links abbiegen. Mal gucken. Mal eben noch mal darauf. Nee, das tut mir nicht. Sackgasse. So, cheers. Ja, das schon. Das ist doch eine Handfahrt. Jetzt nach links abbiegen. Jetzt nach links abbiegen. Ja, ich hab's mal probiert. In 100 Metern nach links abbiegen. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Eigentlich, ne? Ja. Jetzt nach links abbiegen. Ja. Am Ende der Straße nach links abbiegen. Jetzt nach links abbiegen. Ja. Nee, geht auch nicht abbiegen. Geht nicht. Sind alle schön bei drei abbiegen. Wo sollen die Feuerwehrs hin? Am Ende der Straße nach links abbiegen. Ja, die müssen dann eben anders leben, ne? Ja, im Render. Ja. Die müssen dann einmal so... Jetzt nach links abbiegen. Einmal um... Um... Um zu fahren, ne? Das ist halt daneben. Um zu fahren. Da geht es wieder nach links abbiegen. Genau, ja. Jetzt mal bis zu. in 100 Metern nach links abbiegen jetzt nach links abbiegen ja in 100 Metern nach links abbiegen ja das ist ja nicht schön gewesen für die jetzt nach links abbiegen und für die auch nicht so die wachsen nur alle nur drin ja 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 Ich weiß nicht, dass ich den runtergekommen habe. Ja, ich mache ihn auch. Auf jeden Fall. Aber nicht zum Bock habe. Ja, also stimmt. Da steht keiner auch nicht los. Jetzt sind wir auf 8 Kilometer. Jetzt nach rechts abbiegen, dann Ziel erreicht. Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich rechts. Ja. Ach gut. Ja, also.